Moin, was klappt ihr Lovits? Herzlich willkommen zu einem Let's Play Rainbow Six Siege und ja, wie man am Lachen schon hören kann oder am Kicker, ja, mit mir am Stizzle die liebe Céline. Bei mir ist es gar nicht drauf, die es. Stabil. Und ja, auch der liebe Loli ist am Stizzle. Nice. Und ja, wir spielen ein bisschen Ami-Ranked, die beiden Pimmels, mit denen ich gerade zusammenspiele, die nehmen auch gerade auf. Also checkt auf jeden Fall auch deren Sicht ab. Hä? Ich nehme gar nicht auf den Ranked. Okay, Loli nimmt doch nicht auf. Ja, wir lassen dich nicht aufnehmen. Warum nicht? Zum Kopf. Und ja, wir haben einfach Bock, weil wir sind jetzt noch in der, wie heißt die Season nochmal? Parabellum. Parabellum. Sorry, ist mir gerade entfallen. Wir sind in den letzten Atemzügen. Und ja, Dienstag noch in der Season. Und wir haben einfach noch Bock, so ein bisschen Ali-Ranked zu machen und einfach ein paar Amis abzufacken. Und ja, einfach, weil wir es können. Und ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir ja Obst auf Platin. Easy going. Man muss dazu sagen, die beiden Spastis haben schon einen Vorteil, sie haben schon ein Match gemacht. Auf den, äh, auf den verbotenen A-Servern. Hä? Das ist deine Schuld. Aber haben verloren. Meinen? Also bin ich immer am Vorteil. Ist ja, ist ja, ist ja Fleez Schuld, wenn wir schon spielen. Klar, ist meine Schuld, wenn ihr einfach spielt. Ja, weil? Ja, hättest du ja was sein müssen. Du, ja. Ist halt echt so. Ja, ja, ist halt echt so. Ist halt echt so, Mann, Fleez, ey. Kannst dich nicht einmal beherrschen? Ja. Ja, genau, Fleez. Mann, Mann, Mann. Immer dieser Fleez. Ja, ich bin echt enttäuscht von Fleez, ey. Wer ist Fleez? Wer ist dieser Spast eigentlich? Muss man den kennen? Das ist einer, der auch die Fresse braucht. Weil was? Der was? Der auch die Fresse braucht. Achso. Ja, das, äh, das, das würde ich sogar unterschreiben, Loli. Nein. Doch. So, ich muss noch eben meine Weste holen. Und nein, das wird jetzt hier kein Active Bandit. Es gibt auch. Gut, das wird ein Active. Ich sterbe jetzt. Das war eine Sekunde zu spät. Ist aber nur der Termite, der da kommt, also. Wo? Hier, Tunnels. Äh, warte, Rook, ich habe die Cam. Ich erzähle dir, wenn er kommt. Okay, danke. No problem. LOL. Ah, ja, sind zwei, hat er. Blötes Garage oben an den Stairs. Äh, an den, ja, an den. Also Richtung. Ja, sehr, sehr unspektakul ihre Cam gerade oder Sicht hier gerade. Wir sehen den langweiligen Hinterhof in Hannover. Hä? Ist Thomas eigentlich tot? Warte. Ja, Thomas ist tot. Okay. Einer ist gerade nach unten gejumpt. Ja. Ich glaube, Spicy hat, war der Termite, der... Der Kyle hat mich getrackt. Da ist auf jeden Fall einer, ja, One Wars Cache. Der ist hier. Ne, ne, der ist ohne Cache gewesen. Ja. Puschen, puschen, puschen. Die haben... Die kommen an den Stairs. Ich tue die ganze Zeit, die Technofschüsse. Da, da kommt der Jacko. Ops, he got the Cam. Oh my god, the potato. Egal. Außer, die schauen gerade ein paar Leute zu. Mythart. Lull. Die sind drin. Nein, die sind nicht drin. Wenn die drin wären, würde da Contested stehen. Oder... Whatever. Jetzt sind sie dran. Ja. Wo, 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 wo. Genau geradeaus. Wo geradeaus? Ja. Digga, wenn du... Wenn du nördlich guckst, und ich sage geradeaus, wo ist der dann wohl? Westseite. Ja, das Ding ist, hätte er ja gerade, würde geradeaus renken. Ey, du könntest doch... Wieso bist du nicht andere Seite reingegangen? Weil ich dachte, er wäre links im Eck eigentlich. Oh, ja. Denken müsste ich... Das lief. Super. Ah, das ist gut. Oh, erste Runde. Immer dieses Geweine hier. Ey, Digga. Was ist denn falsch mit dir? Ironie kennst du auch nicht, ne? Mann. Hä? Der hat Ash gepickt. Oh scheiße. Der hat Ash gepickt. Oh, das war ja ich. Hä? Hä? Ja, ein bisschen. Okay. Also. Und wir warten. Ah, es geht weiter. Ah, es geht weiter. Oh, Gott. Locate the biohazard container. Unden, hello? Wir haben Gewehr. Moin, Alter. Jo, moin, Alter. Richtiger Drohnen-Hunter, der Boy. Der Hütte. Alter. Was machst du da? Hörst du? Hm? Alter, fuck. Wir hätten vielleicht eventuell doch mal mehr als eine Runde zum Wabang spielen sollen. Was ist das denn? Ich weiß gar nicht, mein Aim ist gerade nicht so on point. Wabang, kannst du kommen? Komm? Okay. Oh, Mirage. Ey, dieses Ant... Yo, cashen, cashen, cashen. Dieses Antimate-Brett, Alter. Aber eine. Oh, Leute, Mann. Was, ich mach's auf oben, oh. Alter. Was, Calera? Weiß ich nicht. Schieb doch da. Calera verloben. Ah! Das ist so witzig. Calera ist oben. Yo, warte, nur muss ich den anderen Seite. LR hab ich. Warte mal, ich hab' ne Idee. Okay, wenn du da bist... Hab Calera, hab Calera. Nices Brett. Oh, jetzt hab ich mich selber geflasht. Easy, come. Boom. Ins Poloch. Sag doch, rush, rush, rush. So schnell geht das. Das sah auch geil aus, Alter. Genau in dem Moment, wo die Ella Beng triggert, ist der Tod. Ja, wir haben nicht mal ne Minute gebraucht. Hä, wir haben nicht mal ne Minute gebraucht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich hab' wieder meine Behinderungen. Wieder seine Behinderungen. Ich merk's schon. Hashtag 5 Minuten. 5 Minuten vor allen Dingen. Ich geb dir doch ne 5 Minuten Pause, ja? Ja, 5 Minuten Pause wissen wir ja alle, was du machst. Ja, wichsen. TV, dafür braucht er keine 5 Minuten. Eben. 2. Nein. Nein. Ach ja. Wir wollen ja nicht schon wieder die, äh, Geschichten aufhören mit Lolli und seiner Melone. Was? Ja, gut. Wann nicht, komm. Nur weil du ein Kürbis hast? Kürbis? Mit Ö? Kürbis, ey. Sag mal bitte deinen Kürbis. Ich hab da einen Kürbis für dich. Kürbis. 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 Ja. Aha. Aber die schiebt sie ja dir rein, Lolli. Nö. Während du dann in die Melone reinschiebst. Lass noch. Uuuh. Ja. Nein. Hat einer den Kitchen Hedge zugemacht? Okay. Nö. Ja, doch. Äh, die, 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 die Fellkrie. Was? Loll, er sagt Amor, Alter, und ich bin der Einzige, der die Scheiße bisher genommen hat. Ja, nein, nein, nein. Guter Blut. Hä? Hier ist irgendwo eine Donau. Irgendwann hat der Donau. Please take your Amor. Lolli, ich komm mit dir. Der macht Bait. Wenn die Garage ausspringt, scheiß drauf, das ist ein Bait. Ja. Der sehlt sich grad hier hoch. Doppelpunkt zweit, Alter. Jünger. Okay, voll Garage, das ist wer. Dropper. Da ist Letch. Die kommen hier bei mir, Bar. Termite dead. Good job. Er ist gedroppt. Äh, ich hab ein In-Shirt, Garage-In-Shirt. Letch ist oben. Pass auf zu denen. Nein, dead. They've arrived, they've arrived, they've arrived. Das ist unten, unten, unten. Spring rein. Unten, hinter dem blauen Kasten, hinter dem blauen Kasten. Oh, nice try, aber. Na ja. Oha, guck. Guck mal, diese Connection. Loll! Äh? Och, Digga, das war dumm. Diese Connection. Thatcher in Toilets. Ich hab mich grad runter... Ich hab mich grad hingelegt und ich war tot von einem. Ey. Oh, hab da gut gemacht. Ich werd mir gar nicht hingelegt. Loll. Seid's da oben beim Dropper? Ja, sag doch einfach Kitchen. Und außerdem musst du's in-game callen, weil... ...weil von uns sind alle tot. Oh. One is coming from blue? Oh, guck mal, da lieg ich. Sledge, maybe going church? I think both are inside blue. Yeah, both. Yeah, yeah. I got the cam in the hallway. Ash droning? From the door? Du musst jetzt reinpushen. Ash pushing? Good job. Leuuuun, der Cam ist raus. Nice Sache. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Oh, hohoho. Schöner Winkel. Loll. Hä, guck mal. Also, so ne Killcancel ist auf EU-Server nicht, aber... Lass doch mal so stehen, würd ich sagen, ne? Hehehe, hat stehen dazu gehört. Hehehe. Hä? Jetzt werd ich mal... Ja, komm, kriegst du. Alles gut, alles gut. Nimm. Nimm in den Mund. Mit Sack. Mit Sack. Kennt ihr das? Nein. Echt nicht? Nein. I don't know. Ja, ist nicht aus dem Porno, ist aus nem Song. Nimm in den Mund. Mit Sack. Mit Sack. Sag, ich liebe dich. Hä? Hä? Du sollst nicht nuscheln. Ich liebe dich. Auf zu kleckern, du Sau. Madison. Oh, den Ausschnitt kenn ich nur. Oh, den Ausschnitt. Wow. Boah. Lali. We taught that as always. And they got hook. Ich glaub, ich lad das nicht hoch. Wieso? Junge, weil ich grad Scheiße spiele... Ja und? Mein Gott. Nee, guck mal, immer wenn ich irgendwie das aufnehme, das ist so ein Spiel Scheiße. Und das, wo ich gut spiele, sie ist kein Arsch. Doch, ich? Ja, aber... Ja, ja, aber du bist ja kein Arsch. Lali, du siehst doch... Du bist ein Niemand. Du bist... Oha, neun. Oha, das war nicht nett. Weißt du, das ist nicht nett, das sollt auch nicht gut sein. Aldi, ei. Kim, ain't on point. So, ich werd mal die beiden Miras aufmachen. So, erstmal Glotzi, Glotzi, wo ist sie? Hab ein Mira-Fetzer. Lul. Du Arsch, ey. Ich hab einen gedowned. Ja, chill einfach weg, ey. Hab ich. Job. Ich hab das zweite Mira-Window. Wo ist sie denn mit mir, mein Schild? Oben, 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 oben. LUL. Oben ist Mira und... Beide sind oben. Ja, okay. Einer ist aber... ...in der Garage oben. Jetzt hast du einen Kompensator. Sie shot all the fucking shots through my Schild. LUL. Geh rein, geh rein. Nein. Ich lasse ihn kommen. Es sind beide da oben. Beide sind oben. Indy. Secure the Biohazard Container. Hostile Activity, neutralizing Threats. Down to one friendly. Stopped returning to the center. Nice. Good job. Oben, auf der Brücke. Alles sehr viel, careful. Ich glaube, sie ist runtergejumpt, oder? Oh, da wollen wir verhören, Muka. Lass auf die Liga sein. Ah, kein Stress. LUL. Man, Alter, warum? LUL. Leds, welchen Auslass hast du da drauf gehabt? Keine Ahnung, man. Ich hab Kompensator. Digga, meine Maus im Platt hat sich hier ständig. Leds, man hat Flash halt aufs Feldschiff. Tausendmal besser. Digga, ich glaube, ich hab Flash halt da drauf gehabt. Das haben wir nach Kompensator. Let's go, bye. Ba, ba, ba. Wieso Ba? Ba, ba, ba. Fuck, Alter. Alter, ich... Das war... Das war leider echt potato, oder? Das war leider potato. Ja, mal passiere. Yes. Aber ich hab ja gerade schon auf Mira so brutals Potato. Ich hätte eigentlich Ella schon haben müssen, wo die oben durch das Window gesprungen ist. Da hätte ich sie eigentlich schon haben müssen. Wie ist das denn komisch, gegen Army-Leute zu spielen? Irgendwie hat das so... Ist das so ein komisches... Weil das... Hast du das Gefühl, dass das ist alles so übelst verzogen, oder so? Naja. Ist ja halt durch einen höheren Finger, ne? Dadurch ist, äh, connected ja alles viel später. Strange. Strange! Ja, wir können auch so meine Drohnen nehmen. Alter, ich lass es einfach. Ich lass es einfach. Alter, das ist... Okay, Leute, du hältst ja da hinten. Mal ein Run-Out. Mal ein Run-Out. Pass auf, warte, die Drohnen! Aber die wissen nicht, dass du da bist. Äh, alter. Good job. Lass diese Lache. Alter. Mach schon dumm Kopf, ey. Ah, du dumm Kopf. Die kommen von da. Watch out, Bandit. Wo gehst du die Tür? Oh, du dumm Kopf. Die rappeln. Was ist denn falsch mit denen? Wir haben uns das auch zu tun. Oh! Oh, komm, wir auf ihn zu klären. Auf, ich hab fast die Taste gedrückt. Ich dachte gerade. Moment. Ja, jetzt höre ich wieder. Äh, ach so. Das ist gut, man ist so tot. Kriegt ihr euch so zu. Oh. Rücktach. Einer ist in der Goo drin. Pick it back up, pick it back up, pick it back up. Strip Club. Wieder carry. Nice! Nice! Loll. Ecker. Ja, ey. Was? Guck doch. Wenn der einfach da durchläuft, kann ich ja nixieren. Ja, das war schön. Hat mir gefallen. Jo. Ja, ich würd sagen, jetzt finale. Weil, was ich noch nicht so viel gemacht hab. Ja. Hör auf, mir war einfach gleich getebeckt. So. Das war das Wichtigste. Ich hab, ey, Lolli, ich hab Flashfire da drauf. Echt? Ja, Mann. Ich hätt mich jetzt auch gewundert, wenn... Loll. 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 Die können doch gar nicht Garage picken, die haben noch da gewonnen. Ich glaub auch, dass sie in die Bar gehen. Glaubst du? Ja! Glauben heißt nicht wissen. Du hättest so ne Schnauze. Glauben heißt nicht wissen, mein Name ist Lolli. Glauben. Nö. Du. Nö. Nö. Okay, dann. Gut. Mein Traum. Ja. Dumm. Du dummjüler. Du dummkopf, ey. Äh, du bist ein dummkopf. Du bist ein richtiger dummkopf. Du bist ein richtiger dummkopf. Du dummkopf, bist ein richtiger dummkopf. Äh, sag kein dummkopf, du dummkopf. Du hältst deine Schnauze. Okay, du hältst deine Schnauze. Sie sind nicht bar. Sie sind nicht bar. Sie sind... Oben. Oben. Oh, Ella. Ella ist, glaube ich, pisst auf meine Pitswunde gewesen. Oh, die haben Jager. Ja, Schwuliano natürlich mal wieder von hinten, Alter. Wie sollte es auch anders sein bei dem Bull? Ich hab weiter. Okay, let's hab damit gemacht. Okay, also langsam komm ich rein. Wow. Schnauze. Die haben hier nicht verstärkt, das sind solche. Upsies. Ey, du bist ein Dummkopf. Ey, du bist ein richtiger Dummkopf. Ey, du Dummkopf. Ah, du Dummkopf. Nach Lolli ist das dann okay. Lul. Ja, aus dem Winkel, glaube ich, kommt auch sowieso keiner, aber kann man auf jeden Fall mal abaimen. Hallo. Ey, Eko, wo kommst du denn, Alter? Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Sehen alle da so aus wie ihr. Ja, die sehen so aus wie wir. Alter, Obst. Was denn? Komm mal runter. Warum? Nein! Schwulianne, kloppt mir den Kill. Antimate! Gigi. Ist er nicht in deine Dings gelaufen? Ja. Loll. Typischer Antimate, Alter. Hä, stirbt man nicht? Nee. Achso, nur weil wir nicht leben, sorry. Gott, Papa. Nur wenn ich leben oder Dummheit. Ey, fragst du was für den... Du hast mit 1 in 5 Kiss geklaut, also 1,2. Ich darf das auch. Ich erinnere dich nur an die Situation, wo ich Blitz geinschattet habe. Oh, weins to yeah. Weins to yeah. Gut, Leute, das war's mit Runde 1. Wir werden uns morgen bei der nächsten Folge sehen. Und ja, checkt auf jeden Fall die Beschreibung, dort geht's zu Obst. Da gibt's die auch Folge. Da gibt's die auch Folge. Da gibt's die Folge auch, aber aus einer anderen Sichtweise, aus einer besseren. Und aus einer weiblichen Perspektive. Nein, aus einer besseren. Und ja. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Peace.